Wir hören nun einen musikalischen Beitrag des jungen Künstlers Malek Samu. Er ist 20 Jahre jung und seine größte Leidenschaft ist die Musik. Er hat ein eigenes Stück komponiert mit dem Titel Zehn Jahre hier. Zehn Jahre, ich bin hier, aber noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir. Zehn Jahre in Deutschland, immer noch kein Aufenthalt. Jeden Tag, jeden Tag, eine Post von Sozialamt. Jeden Tag, nur jeden Tag, eine Post von Arbeitsamt. Ich erzähl' den meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Ich erzähl' den meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Zehn Jahre, ich bin hier, aber noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebung. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebung. Zehn Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen? Das Problem ist nicht bei mir. Natürlich, ich bin hier. Hur sie RVRGBT3 Ich bin hier, immer noch keine quá!